Hallihallo zur nächsten X4-Folge. Da sind wir wieder, nachdem wir ja jetzt Blaupausen gestohlen haben mit dem Raumanzugs EMP und haben jetzt die Blaupausen für so ein paar Fabrikgebäude weitere, dann werden wir die jetzt mal anbauen an unsere Station und unser Spieler-Hauptquartier, um das weiter auszubauen. Die Liste, sage ich, die wird ja immer länger. Mann, Mann, Mann. So, ich denke mal, wo baue ich das hin? An eines dieser freien Lager, die ich da habe. Ja, das waren die Sachen. Mikrochip, Quantum-Röhren und fortschrittliche Elektronik-Komponenten. Das sind die Blaupausen, die geklauten. Da machen wir die doch mal an dieses Containerlager. Jetzt muss man halt immer mal gucken, wie ist das denn mit diesen Snap-Punkten. Die Quantum-Röhren-Fabrik hat den unten. Kerben dann so oben drauf. Ich baue allerdings gern zwei. Ich weiß nie genau, reicht eine aus oder nicht. Dann baue ich lieber mal zwei gleich. Wenn es gebaut ist, ist es gebaut. Was überschüssig produziert wird, kann man ja dann doch hoffentlich verkaufen. Deswegen baue ich von dem Krami-März gleich noch zwei. Da setze ich da mal Kreuzverbinder an die Seite. Und dann kommen die zwei Quantum-Röhren-Fabriken an die Kreuzverbinder dran. Jo, so machen wir das. Zapp, Snap. Snip, Snap. Das dauert natürlich dann wieder ewig, bis das Zeug fertig gebaut ist. Man könnte dann natürlich, wenn soweit alles fertig ist und der Bau sollte losgehen, dann könnte man sich dann natürlich den Sinsa anschmeißen oder einfach das Spiel über Nacht laufen lassen. In den alten X-Spielen war das ja mit dem Sinsa immer so eine Sache, weil die Schiffe, die sind dann immer gecrashed. Die Handelsschiffe, die man so unterwegs hatte, die sind dann mehr gegen Stationen geflogen und waren dann kaputt. Und dann konnte man das Ganze vergessen. Das passiert ja offensichtlich jetzt nicht mehr heutzutage. Aber naja, dann kommt man zurück aus dem Sinsa, nach einer Stunde Sinsa laufen oder so und hat dann natürlich auch ganz schnell 50 Millionen Credits auf dem Konto noch zusätzlich oder so vom Schiffshandel. Aber man kann ja in der Zeit, wo das baut, dann andere Dinge machen. Es gibt ja genug zu tun, Datentresore knacken, gegen Xenon kämpfen und Kark. So, da haben wir die zwei Quantum-Böhrenfabriken schon mal dran. Und da kommen jetzt die Mikrochips, da nehmen wir auch wieder Kreuzverbinder erstmal dazu. Die haben hier einen Snap-Punkt unten, an der einen Seite, die Mikrochips-Fabriken. Da brauchen wir jetzt auch wieder Kreuzverbinder. Hups, na, der war weg. Na, dann machen wir das anders. Immer schön mit der rechten Maustaste drehen. So, schauen wir uns das mal an, wie das dann kommt. Na, komm, dreh nicht. Na, ei. Jo, hm, könnte man das machen. Hm, da wird ja rot. Ja. Also, erst mal drehen und dann draufsetzen. So, wie schaut's denn aus? Hm, so. Hm. Gefällt mir das? Ja, ich bin da eben auch ein bisschen pedantisch an der Stelle. Das muss gerade sitzen und vernünftige Optik haben. Knall da mal noch Kreuzverbinder dran. Zack. Weil da kommt ja noch mehr dazu. Ich muss ja dann auch noch diese Elektronik-Komponenten-Fabriken dran setzen. Die will ich da auch hinbauen. So könnte das was werden. Und auf der anderen Seite dann diese fortschrittliche. Also, die Richtung stimmt schon. Also, sieht aus wie Flügel. Also, Flugzeugflügel. Also, Flugzeugflügel. Tja. Ja, jetzt können wir uns auch erst mal ein Konstruktionsschiff holen, weil das muss da mit Sicherheit auch erst mal anschippen. Das ist ja dann wahrscheinlich irgendwo, ne? Das ist gar nicht so weit weg. Das ist ja schön. Das ist ja direkt im Sektor 1. Dann greifen wir uns den gleich mal. Der kann dann ja schon mal angeflogen kommen. Der Albatross. Und ich sehe gerade, hm. Da brauche ich auch noch zusätzlich Materialien. Ja, die hole ich dann auch. Ich könnte natürlich da unten Kaufaufträge geben. Aber das Zeug ist dann eigentlich teurer. Also, wenn ich es mir mit meinen Schiffen selbst hole. Da kann ich dann doch noch Credits sparen. Deswegen lasse ich das dann anschließend noch mit dem anliefern lassen. Das ist was für Faule. Wir wollen das Spiel ja spielen. Deswegen werde ich dann meinen Transportschiffen sagen. Sie sollen mir Hüllen, Teile und Nanotronik besorgen. So, noch einen Kreuzverbinder bitte. Und dann sparen wir natürlich damit auch noch Geld. Wenn man sich das selbst besorgt. Man könnte es auch klauen. Eine Nanotronikfabrik und dann eben das Produktionsmodul. Ne, das Lagermodul dort gehackt. Mit so einem Sicherheitsentschlüsselungssystem. Oder wie die Dinge heißen. Und dann schmeißt die Fabrik ihre ganzen Lagerbestände in den Weltraum. Und die sammelt man dann ein. Dann kostet das Ganze gar nichts. So, Moduländerung übernehmen, klicken nicht vergessen. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Wie man sieht spiele ich hier im Pausemodus. Mach das Ganze im Pausemodus. Spiel pausiert steht da ja in der Mitte. Deswegen kommt natürlich dann auch unser ausgesuchter Albatros dann nicht an. und fliegt nicht los. Und da ist so eine gelbe Linie. Das heißt, da ist schon wieder ein Leitstrahl automatisch entstanden. Das bedeutet, ich habe da schon wieder irgendwie eine Mission gekriegt. Müssen wir dann auch nochmal nachschauen dann. So, jetzt erstmal die Pause weg. Das Spiel mal laufen lassen, dass unser Albatros da mal loslegen kann. Zum Baulager. Und sich da dann am Baulager entsprechend an den Bau macht. Von den ganzen Fabriken, die wir da dran gesetzt haben. Ja, schauen wir mal wieder rein. Wie schaut es denn jetzt aus? Kreuzverbinde, Mikrochipproduktion, Quantumröhren, fortschrittliche Elektronikkomponenten. Ja, das passt. Das, was wir uns alles geklaut haben. Um eben auf unseren existierenden, vorhandenen Produktionen weiter aufzubauen, bis zu einem Endprodukt. Die haben wir dann. Und ein Wohnmodul hatte ich mir ja auch geklaut. Und das werden wir dann auch mal da irgendwo dran setzen. Und dann wird dann langsam die Station bevölkert. Die ist ja menschenleer im Augenblick. Das Hauptquartier, da läuft ja kein Mensch rum im Moment, kein NPC. Aber das ändert sich dann, wenn man entsprechend viele durch Wohnhabitate erzeugte NPCs dann hat. Die sind dann die Arbeiter. Und die laufen dann auch auf der Station rum. Allerdings muss man da erstmal eine Zeit lang warten. Das geht nicht sofort. Sobald das so Habitate fertig gebaut sind, müssen die dann erstmal sich langsam mit Arbeit entfüllen. Das dauert auch seine Zeit. Das geht auch nicht sofort. Und dann braucht man auch, muss man zusehen, dass man auch Medikamente und Nahrung da hat. Sonst kommen die nicht. Und man muss dann also auch zusehen, dass man noch mit einem Transporter, oder besser gesagt der liebe Stationsmanager bei mir ja Managerin, muss dafür sorgen, dass da dann eben auch entsprechend was an Nahrung und Medikamenten angeschafft wird. Und da muss man sich dann auch danach richten, was für Habitate man baut. Denn die Völker brauchen unterschiedliche Nahrung. So wie die Argonen, ich habe ja weitgehend eben Argonen-Fabriken und natürlich auch hier jetzt Argonen-Habitat. Da brauche ich auch argonische Nahrung. Das sind die Nahrungsrationen. Währenddessen die Teladi sich ja zum Beispiel von Nostrop-Öl ernähren. Da muss man dann Nostrop-Öl produzieren. Oder kaufen. Oder kaufen lassen vom Stationsmanager. So, da ist meine Mission, Beförderung zur Ministeriumshilfskraft. Das sind die Teladis des Teladi-Finanzministeriums. Um da mal hochzuleveln, habe ich ganz bewusst, die haben ja nur so zwei Stationen da in 18 Milliarden Schiffswerft und Raum-Doc oder Raum-Pier. Und da habe ich ganz gezielt mal die versucht mit einem Frachter, mit einem Autotrader beliefern zu lassen, der dann nur dort verkauft. Und zwar eben auch nur die Waren, die diese Schiffsfabriken benötigen. Und das hat offensichtlich funktioniert. Das hat offensichtlich geklappt, dass dann eben langsam der Ruf, das Ansehen bei dem Finanzministerium gestiegen ist. Da werden wir irgendwann die Gelegenheit mal ergreifen und dahin schippern und uns da unsere Beförderung zur Hilfskraft, zur Ministeriumshilfskraft abrufen. So, ja und da ich Per-Funktionist bin, werde ich jetzt auch mal gucken, ob meine Fabriken da auch irgendwie richtig ausgerichtet sind. Aber das sollte schon alles passen. So, da hängt das Habitat. Ich habe mir ja gleich ein L-Habitat geholt, weil mit so viel Produktionsstellen, so viel Fabriken da an der Station, da braucht man dann auch eine ganze Menge Mitarbeiter. Und dann braucht man mit kleinem Habitat gar nicht erst anfangen. Das gleiche Spielchen ganz von Anfang an, ja, da habe ich ja von Anfang an schon gleich agonische L-Containerlager gebaut, in weiser Voraussicht, dass man viel Platz braucht, weil dieses Spielehauptquartier, das kann halt richtig gut ausgerüstet werden. Und so ist das dann eben auch. Man braucht schon viel Lagerplatz und man braucht dann eben auch schon viele Mitarbeiter. Wenn man dann eben überhaupt mit Mitarbeitern arbeiten will, muss ja nicht sein. So, übernehmen wir nochmal die Moduländerungen, damit es auch sicher gespeichert ist. Und wenn ich jetzt so schaue, sieht das doch ganz ansprechend aus. Da haben wir dann oben an der Station so die Grundstoffe, die da produziert werden. Dann haben wir da rechts nebendran die Zwischenprodukte, wie das Superfluid-Kühlmittel und die Lithiumscheiben. Produzieren wir da ja auch noch da, als Grund sozusagen, als Grundmodul. Dann haben wir die Graphen. Dann haben wir so die Endproduktproduktion, dann unten rechts. Dann haben wir immer noch Platz frei, nach oben und unten vor allem. Man kann ja mit den Verlängerungsbauteilen da auch nach oben und nach unten weiter bauen. Man muss ja da nicht auf dieser Ebene bleiben. So, da ist der Bau schon losgegangen. Die Kreuzverbindungsgerüste, die werden ja relativ schnell gebaut. Das ist ja nicht viel. Und den deaktiviere ich jetzt erstmal. Diese gelbe Linie stört mich. Das machen wir jetzt erstmal aus. Das wird später in Angriff genommen. Da kann man hier in der Spieleübersicht auch nochmal sehen, wie sieht es denn aus mit dem Bau. Da sieht man da andere Module, 7%. Da kann man auch reinschauen und kann gucken. So, und jetzt muss ich mir mal einen Trader greifen und Hüllenteile und Nanotronik besorgen. Und ich habe ja da zwei fette Fabrik-Trader jetzt laufen. Zwei Sonras. Die haben auch ausreichend fetten, großen Laderaum. Da schauen wir jetzt mal, wie sieht es denn aus mit Hüllenteilen. Ja, dann könnte ich auch Nanotronik gleich noch mit dazu nehmen. Schlau! Da sieht man zum Beispiel Nanotronik, 1702 Credits. Ja, das ist doch schon mal ein niedrigerer Preis, als man den erzielen könnte, wenn man das anliefern lässt. Weil da kann man nicht unterhalb von 1800 irgendwas gehen. In dem Fabrikbau-Programmteil, da ist das schon die untere Grenze. Und so kriege ich jetzt meine Nanotronik noch um einiges preiswerter. So, und dann kaufen wir da ein und liefern die gleich mal direkt ans Baulager. Jups! Die Sachen und Hüllenteile, genau dasselbe Spiel. Ja, 127 Credits ist richtig billig. Das ist echt preiswert. Dann nehmen wir doch gleich mal hier volle Kanne, 3600 Stück mit. Weil ich baue ja eh über 10.000. Und wenn mehr drin sind, schadet es auch nichts. Weil ich weiß ja gar nicht, ob ich mit dem Bau schon fertig bin. Wahrscheinlich nicht. Da wird noch mehr anzubauen sein, an dem Spiele-Hauptquartier. Das war bestimmt noch nicht das letzte. So. Schauen wir mal rein, da sieht man ja jetzt, was da angeliefert wird. In der Bauübersicht. Und da sehen wir dann da, der eine liefert mir jetzt schon mal 1800 Nanotronik. Und der andere liefert mir 7200 Hüllenteile. Und drunter sieht man natürlich ein Dings. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Das reicht nicht aus. Da muss ich noch mehr Geld ausgeben. Hm. Naja. Hilft nichts. Dann müssen die Jungs halt nochmal fahren. Was da angezeigt wird, was die Schiffe da anliefern, das wird nicht unten abgezogen. Erst wenn es dann am Lager, im Lager liegt, wird das unten abgezogen. Deswegen muss man sich das dann halt ausrechnen, wenn man es ganz genau haben will. Ich nehme es ja da nicht so genau und ich sehe, ich habe hier gerade noch vergessen, die Ware ins Baulager zu transportieren. So sieht es nämlich aus. Mhm. Jetzt sieht die Sache nämlich anders aus. Da haben wir nämlich jetzt schon mal genügend Nanotronik. So, 3600, 2957 brauche ich. Da habe ich dann wieder ein bisschen Überschuss schon mal für die nächsten Anbauten, die sicherlich noch kommen. Darf es ein bisschen mehr sein. Das ist dann wie beim Metzger. Das darf ein bisschen mehr sein. Wir nehmen es dann nicht so genau. Erwarte Befehle. So. Und nochmal einen Schwung Hündelnteile, bitte. Die reichen auch noch nicht. 7200 waren es. Plus 3600. Das macht er dann 10800. Das sind Teile, die dann geliefert würden jetzt von meinem SONRA Trader 1 fürs Hauptquartier. Tja. So weit, so gut. Lassen wir den Bau mal laufen. Dann sind wir erst mal am Ende. Dann werde ich das Video hier an dieser Stelle mal beschließen. Und wir müssen eben abwarten, bis das alles fertig gebaut ist. Und ich sage mal Tschüss und schönen Tag noch.